Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die mit mir der Kabin. Und wir sind hier immer noch ein Dach geschossen, würde ich mal sagen. Und Inventar ist so viel räumt, das ist schon mal positiv, aber es dauert noch ein bisschen bis es Nacht vorbei ist. Aber das sollte uns eigentlich ja nicht stören. Wir werden mal hier... Also wenn ich es schaffe hier rüber zu springen... Mal kicken... Nö, ihr ist all weg. Gut, wir können wieder raus. Achso, ich hab gedacht, da könnte noch was sein. Könnte, aber ist nicht. Gut. Dann haben wir das Haus erstmal durch, wa? Würde ich jetzt erstmal brauchen. Jo, hier sind wir durch. Gut. Dann können wir weiter nach... Leichenfledderung. Oh, Moment, ich hab doch was übersehen. Ich habe Katzenfutter übersehen. Wow. Das ist ja Krab. Das ist ja Krab. Gut. Na, du, 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 du. Na nun? Ich glaube, da jetzt nicht rum. Äh... Jetzt bei Nacht ist es bestimmt ganz gut, ne? Äh, ey, du, wo ist meine Karre? Ach, wir sind ja in der Karre. Wir sind ja zu Fuß, hä? Hehe. Gute Idee. So ein Scheiß. Ach, was soll's. Wir haben ne Bumme. Wenn sie wat wollen, kriegen sie ihn auf den Zopp und dann ist gut. Ich staun, dass er jetzt nur noch nicht an die Röntgen kam. Oh, da, ah, da. Bunja sucht dich begehren. Wer kann nicht uns verwehren? Oh, geht mal. Ein Hawaiianer? Hier? Bei der Kälte? Okay, er ist tot. Aber... Junge, warte mal kurz. Ich muss mal nachladen, weil sonst wird da nichts zwischen uns gehen. Oh, er hat uns deckt in. In die Rüpe. Er liegt immer noch. Ist ein Wackeldacke. Jetzt nicht mehr. Ich hatte gerne mein Pfeil wieder. Danke. Bäh. So. Nee, da werden wir nicht finden, was ich haben will. Verdammt nochmal, ich bin mir zu 1% sicher, hier war irgendwo eine Scheune. Beziehungsweise in der anderen Stadt. Also bin ich zu 1% sicher. Moment mal, war nicht hier auch diese Schule und dann außenrum und dann Armee-Jelände und dann da irgendwo vielleicht? Die Stadt ist für mich zu groß. So, da haben wir das Sport-Jelände, da ist das Armee-Jelände. Was bestimmt jetzt richtig gut laufen wird, wenn wir da reden gehen. Alter, hier lacht, das ist ja ein schöner Verkehr. Jetzt wie der Zombie-Total-Verkehr hier ist, ja. Er war bloß zu voll, um zu kippen. Okay, gut. Wir sind mal bescheid. Ja, nee, jetzt fängt er auch mal zu regnen. Sag mal. Also irgendwie so, und da bin ich Googleer. Ich hab den Zaun ein bisschen laut gemacht, also ich hab den... Der war ja fast ja nicht zu hören. Oh, guck mal, Mais. Ähm. Jetzt sieht ja keiner. Wir leihen uns das mal aus. Jetzt soll er später bei uns in und ein paar Wehren. Eine Tartoffel. Und ein paar Wehren. Und ein wenig. Ich wollte gerade sagen, warum kriegt ihn hier, äh, Blau Wehren? Warte, brauche ich doch eigentlich hier, warum ist das grüne Zeug zertet an? Nur das, gib mal ich. Oh ja. Ach, schön. Hallo, mitte Schwester. Richtig? Was ist mit der los? Hallo? Hallo? Sie dürfen hier nicht schlafen. Hm. Hier passieren ja schon komische Sachen. Oder ist das jetzt, äh, ähm, ja, weil es ist ja Nacht gewesen und darin andere Zombies rum, wa? Globig. Globig zu wissen. Hallo? Kommen Sie mal bitte her. Oder auch nicht. So. Ich habe immer noch, äh. Verdammt nochmal. Wo ist denn die da? Ich glaube, wir werden die Ärzte finden, denn, äh, wenn wir sie nie suchen. Ist ja meistens so, ne? Aber hey, wir haben hier mal kurz, wo wir gucken. Ich halte es nicht für eine gute Idee. Viel zu viele Platz und, äh, nur Medizin. Äh. Und viele zu... Ist doch kein Buben, ne? Nee, ist kein Buben. Ich bereite bloß für das nächste Mal vor. Ich ist neu geschossen. Ich glaube, wir sind hier wirklich in Krankenhaus. Ihr habt in einer ganz schweren Atem. Junge! Oh. Stimmt. Börsschuss und so, ne? Der Knoppy kann die Funze ausmachen. Klee machen. Alter, ich gehe hier rin, alter, und das Inventar ist voll. Es löft. Nee, 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 Cabin. Äh, wir waren wegen was. Ganz, 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 ganz. Ganz, ganz Thomas Anders unterwies. Ich muss mal hier, äh, intervenieren. Und nute danach auch. Alles klar. So. Kadawa. So. Müll. Müll. Äh, Batalie. Äh, jo. Können wir verscherbeln? Ich trink mal was. Oh, da ist noch ein Kadawa. Macht's. Was für ein Zaun-Zempel. Also, da in der Kirche und so, äh. Da muss ich doch vor Kadawa wimmeln. Also, jetzt nicht falsch verstehen. Ich meinte das jetzt wirklich, weil, äh. Apolipse, die meisten werden dann eine Kircherin und dann, jo, ne? Würde ich jetzt so sagen. Hups. Hups. I'm an X-Man. X-Man. Hups. Ich ziehe jetzt mal kurz einen Scheitel und du mir. Alter, ich treffe dir noch nicht. Da war er ab, der Arm. Liebes Arm dran als Arm ab. Ah. So, jetzt sieht schon cool aus, warte mal kurz, ich muss mal hier kurz Knöpfchen drücken und dann so, bitte Maus nicht wackeln, ein Stück nach hinten. Ich mach das wieder auf der alten Modus-Tasten, bitte, Junge. Das ist ja so, Maus und Fotoschießen ist schwer und vor allem tierisch verwackelt. Oh, wie eine Kirsche im Keller. Hallo? Schade, dass man das nicht luten kann. Würde anbieten, Wein oder sonst so was. Die Katakomben. Hallo? Ist hier jemand? Jemand anderes? Muss nicht tot sein, kann auch nicht lebend sein. Moins! Äh, Besuch! Dö, dö, dö! Rappen, dude! Oh ja, nee, ist klar. Ich geh da zurück. Ich bin nämlich so blöd, die AK zu nehmen. Hey! Nicht von hinten anfassen! Ich mach das nicht! Und das ist nicht nett. So, jetzt kommst du dran. Hm, hm, hm. Doch, da bummst du mal. Mann, schaut das Feld von oben rein. Holla hi, holla ho. Wird ja nur der Kabin sein. Holla hi, ho. Oder so. Gibt lauter Rezepte. So. Einfach nur mit diesen Sprechen mit. Dit is Wahnsinn! Ach, meine Bandageanlieren. Kratzer kann sich hier entzünden. Und ich hab doch erst das letzte Mal das ganze Futter aufgefuttert. Ach, Mensch. Also, äh, für ein Kloster, Krankenhaus, um jetzt ist hier ganz schön wenig Lesezeug. Und warum sucht hier irgendetwas waffenmäßig? Ich verstehe das nicht. Amerikanische, äh, Kirsche, oder was? Kirsche der Geweidlichkeit, oder was? So. Da ist nischt, da ist nischt, da ist nischt. Ist ja ja nischt. Geht's wieder hoch. Hey, und dann fallen wir wieder runter. Sag mal, hab ich, äh, Vitamine. Von wegen hilft gegen Bauchverstimmung. Am Arsch! Und ich hab letztes Mal neu gelevelt hier, äh, Stahlmagen und so, ne? Also, so Stahlmäßig sieht er jetzt nicht aus, aber hey. So. Wie komm ich jetzt da rüber? Ich will da hin. Was ist da hier? Schiebung! Ich will mir doch jetzt nicht da, äh, Ups. Geh mal zu auf die dritte. Ist auch noch eine Tür. Ja. Oh, ja. Es riecht nach Tod. Oh, noch ein Bigger. Und ich lade grad nach. Kann man mal machen, sollte man aber nicht auch machen. So. Friedel, hast du mich gefunden? Hallo? Watt da. Ich helfe dir. Jetzt sei jetzt nicht nach der Hilfeausstieg eigentlich heben wollte. Graf Krakula. Graf Zahl. Wei. Zombie. Zwei. Zombies. Entschuldigung. Ich hab mir jetzt vielleicht nur Moor. Also, was man halt zum Moor, äh, bezeichnen kann. Wenn man bezeichnen kann. Äh, ja. Junge. Schleich dich nicht von hinten an. Ich hab ne Knarre. Bist du denn wahnsinnig? Du könntest dich verletzen. Du könntest dich verletzen. Ich versteh das nicht, was das mit den Amerikaner sein soll. Warum beerdigen die hier ihre Munition? Haben die eine bestimmte Beziehung zu ihrer Munition? Ich geh's das nicht. Ich geh jetzt erstmal ein bisschen was schnacken. Schnacken? Schnacken heißt Quatsch. Schmatzen. So. Da ist doch ein Kanten. Hallo. Ein Fass. Lieb mal ein Fass auf. Haha. Äh. Schuld. Nischt. Hey, Holz. Ja, ja. Warum nicht? Sarg aus Holz. Was beerdigt Holz. Ne? Kann man mal machen. Darauf jetzt mal zu kommen. Ja. Also, ich hätte jetzt hier ein bisschen mehr Kadaver oder so erwartet. Aber hey. Oi. Da ist er irgendwie. Nur nicht so wie gedacht. Hula. Munition. Munition. Also, nächstes Mal, wenn uns Munition fehlt, wir sie quasi herkriegen. Alter, ich hab mich zu schnell gedreht. Alter, mir wird schwindig. Äh. Wow. Ich kündige Laufekt. Tschüssi. Und, äh. Da ist ja doch der Laufekt. Nein, 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 nein. Jetzt nicht. Boah. Iuiui. Ich kippe aber knapp. Ich kippe aber. Feucht. I. Hey, ich seh grad unsere, äh, Munition. Winke, winke. Ach, warum mach ich das? Ich soll das erstmal anders schießen. Es war nicht viel, aber ich sollte tun. Junge, ne, hab ich mir jetzt aber das Höschen feucht gemacht. Äh. Da geht mir einfach die Munition aus. Da geht mir einfach die Munition aus. Das ist ja, das ist ja eine Frechheit, ist das ja. Das ist ja. Das wird nicht passieren. So, warte mal. Ich mach das mal hier weg, äh. Das tut mir keine Sau. Ich sortiere hier, äh. Ich tue so, ob ich sortiere. Ne, okay, dann kriegt er Teile von. Bringt uns auch nicht weiter. Aber das kann ich, und dann krieg ich auch bloß hier die Komponenten. Das bringt uns auch nicht weiter. Quasi Müll schon wieder zu. Naja. Ich hab's versucht. Ich hab's gehört. Wo bist du? Da. Kopf weg. Jetzt der Kopf weg. Trotz wo ich es wie mal entkompliziert hab, aber nichts passiert ist. Das ist voll der Wahnsinn. Ja, nee. Ich spring da jetzt runter, oder wat? Hab da... Ach, nee. Ich soll hier ja nicht runterspringen. Hm. Ich spiel jetzt mit Löckner von Notre Dame, oder wat? So, ein wenig Munition hab ich noch. Es wird gleich Zombies regnen. Das sieht... Äh... Stimmt, was ist denn der hier? Ein Doppelkracht. Ich hätte jetzt gedacht, dass es zusammenkracht. Okay, nicht. Nicht runter, aber... Hallo. Nicht kaputt machen. Hui! Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Ich muss Munition wechseln, weil... Jeden zwei Zombies zu viel. Lass dir Zeit, Cabin. Das hat eben so gut funktioniert. Erstmal... Der ist hier Platz. Nee, der ist nicht so schön. Also... Er verschwindet. Platz. Und taucht hinter uns wieder auf. Und sie hat einen ganz komischen Abgang. Ähm... Nee. Was ist hier los? Ähm... Was ist hier los? So, warte, ich kann ja hier... Da ist eine Tür. Gehtet aber auch weiter. Die Kloppen sind kaputt. Ich muss hier erst, äh... Sonst Problem. Ich... Hui! Schönen guten Tag. Gut. Hier vor siehe, sonst... Tschüssikowski. Äh... Axt da... Und dann Dittwig. Jetzt hört sich in der Spider an. Ha, Spider-Man. Ha, Spider-Man. Ich darf mal den Ballermann auspacken. Warum tut der Armeekum? Und was macht es wieder? Das ist kein... Zombie-Schwebedienst. Verdammt nochmal. Aha. Und... Tschüss. Die kommen wieder. Eva! Ich muss nachladen, Junge. Warte mal. Ich will es mir doch hier hatzen. Er versucht... Er ist... Äh... Er versuchte wenigstens. Er hebt nicht gleich auf. Und... Da kommt er wieder. Und sie auch. Und... Juhu! hat mir jetzt die Axten gebrochen. Ich gucke, ich habe ja jetzt Zeit nachzuschicken. Verstaubt. Und da ist er wieder. Und weg ist er. Und sie hat jetzt die Schnauze voll. Komm ich an, los. Ich blende. Flop. Gut. Äh, habe ich... Äh... Natürlich habe ich nicht. Aber ich kann mir jetzt wehe bauen. So. Ich mach dich mal da ran. So. Ich tue mal so. Gut. Jetzt sollte ich mal reparieren. Ich sag mal so, dass wir nicht die ganze Munition verschwenden. Äh, dafür ist der Birth-Schuss gerne mal so... Ich hab' ich gehört. Gern' ich mal so schlecht. Ist bloß ein bisschen problematisch, wenn auf ehemal Zombies vollstehen. Und mir, äh, hier eh noch das Zwerg geben zu wollen. Und so. Ich kann die... Schmack-O-Fatz. Schön, 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 schön. Ich mach' mal kurz Schmack-O-Fatz. Genau. Das ist der Birth-Schmack-O-Fatz. Schmack-O-Fatz. Hallo? Mein Stuhl? Krass. Aha. Gut. Okay. Äh, das ist schon cool gemacht. Ich find' krass. So, ich hab' hier noch kurz mal kurz Hallo sagen. Alter. Ich hab' hier gesündigt. Ich bin hier festgepackt. Oh mein Gott. Das ist ja hier noch wichtig. So, warte mal. Ich werd' mal hier ne Tablette einschmeißen. Und bitte. Und bitte. Und dann ist Juni. mit Schrott. Aber hey. Wir haben nachgeschaut. Hier war ein Fahrer. Der hat kurze Höchstil nicht tragen. Ja. Und dann. Hör doch weiter. Oh mein Gott. Ich sollte hiermit aufhören. In Gottes Haus. Liebte eine Maus. wir scheitern wir werden elendig scheitern oder auch nicht das könnte eine abkürzung sein aber die könnte auch heißen dass das von mich nicht durchkommt so schnell durch rennen na achso hier sind wir gut falsche richtung trotzdem falsche richtung sag mal da nee hier nee ich mach mal bp nimm doch die abkürzung wenn ihnen es geht auf auf und einmal sind alle verschwunden ein buch für wie schön es wäre hätte ich doch ein paar spiele bist hässlich aber dafür kannst du nichts fix hohoho mit den weg hätten wir sparen können so ein tresor öffne sich der tresor was wird da drin ist eine bibel gottes wort versuchen noch mal und noch mal und noch mal führe mich nicht in versuchung ich war nämlich gerade ach iron spear sag mal was hat der hat power attack damage 54 der hat 85 das ist eine sehr gute wahl also wenn ich meinen behalte so äh da hab ich schon mal gesagt dass ich messy bin in sachen loot so weiter geht's weiter geht's ja wo geht's denn hin na weiter wenn ich weiß wo gut ich geh mal da hoch so und wenn wir jetzt oben sind steht da ein riesen fetter zombie wie wahrscheinlich so ein explosion zombie explodiert und wir fallen runter wah ich glaube das würde denn ein bisserl hassig werden alter krass warum ist denn jetzt hier kein zombie also ich hätte jetzt hierhin gestellt wir machen jetzt hier auf äh verdammt nochmal wie heißt das spiel hihihi assassin's creed mensch so so noch irgendwo ich hoffe nicht ich pass auf oh alter wenn ihr sowas hin baut dann sollte das auch äh funktionieren oh alter kann man mal machen oh alter da spielt gerade einer an heizung klavier ich hoffe das ist für euch nicht so deutsch zu hören so was haben wir denn hier wir müssen jetzt da rüber ne aber sowas von hui ich kann's ich hab's hallo hallo schwester äh bevor ich hier runterfalle ich kenn mich doch also die priester wussten schon was zu tun warte mal das mach ich klein ich hab jetzt hier ein bisschen platz frei ach du kökken muss ich denn das halt runterbringen äh und wir haben noch zwei drei küsse komm wir machen hier tabula rasa weg damit weg damit glas kann ich mir herstellen weg damit holz kann ich mir herstellen weg damit äh grünzeug hab ich selbst weg ja weg damit so ja nee ist doch klar und nochmal führe mich nicht in versuchung ok silber jetzt ja nicht mal so schlecht aber der rest alle militärschule die werde ich tragen weil wir haben hier noch diese kacke scheiße drecke mist so warte mal das kommt weg äh das mach ich klein das nehm ich mal kurz mit ich weiß nämlich nie was wir gerade tragen das nehm ich mit ich nehm eigentlich alles mit so das da hab ich doch noch vor der haustür ähm verdammt nochmal krass mach ich so kann ich nicht äh äh und äh so jetzt jetzt müsstet ihr hin haa Genie so jetzt haben wir noch jetzt geküsst mit Futter quasi wir können uns jetzt erstmal einen genüssen A da ist ein und dann die mit der katzen und dann macht mit der katzen an ihr könnt ihr jetzt darüber spucken schade dass es bloß fünf oder sechs blöcke geht einfach rüber bauen nein aber hier geht er nicht mehr weiter da hier runter fällt da ist der zwölf richtig er macht immer plopp und die ganze zeit nicht da ja okay wir sind ja hier nicht bei minecraft aber so ungefähr so heute mal heute eigentlich die militär ist doch besser oder als stahl die nützen eigentlich nicht hier steht resistance stamina ist besser ja doch stamina ist besser mit kann wäsch also was ist das also quasi graue militär ist besser als seht ihr richtig ich glaube ja das heißt shit ich habe kein platz schon will er nicht ich musste zu hause ändern wenn ich daran denke das könnte ein vorteil für uns sein da hier das ist aber ganz schön schwierig das wird nie wartet jolo ich habe es geschafft das ist wahnsinn gut hier will er zurück was soll passieren oh nein kann ich kann doch ich kann doch ich bin auch clever so mache ich das jetzt muss ich bloß hier irgendwie will er hochkommen und dann will er zurück nichts leichteret als das es gibt natürlich noch einen einfacheren weg ne sag mal kann ich nicht hier irgendwie von ding zu ding springen tatsache geht so ja leute ich würde mal sagen kirche ist clean wir werden die nächst in der nächsten folie weiter suchen wir müssen jetzt erstmal nach hause in der zwischenzeit werden wir vielleicht in zwei kadaver mitnehmen und dann gehen wir weiter suchen ich will den garten fertig haben ich will den haben ich will den ich will den ich will den also leute bis zum nächsten mal bei der karriere